Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Gegenvektor. Was ihr hier seht, ist der Punkt P, der durch Parallelverschiebung, also einem Pfeil, auf den Punkt P' abgebildet wird. Was da jetzt der Gegenvektor ist, das werde ich euch jetzt zeigen. Zunächst einmal schauen wir uns nochmal an, wie man den Vektor oder die Repräsentanten diese Pfeile berechnen kann. Dieser Vektor heißt ja, oder dieser Repräsentant heißt ja P', das heißt wir müssen hier Spitze minus Fuß rechnen und damit die x-Koordinate und die y-Koordinate des Pfeiles bestimmen. Und die x-Koordinate von P' ist ja 6, die x-Koordinate von P ist 1,5 und die y-Koordinate von P' ist 5 und die y-Koordinate von P ist 1,5, also 6 minus 1,5, 5 minus 1,5 ergibt diesen Vektor. Man schaut ja, wenn man das Ganze eben nicht durch Rechnung, sondern durch Zeichnung löst, wo muss der Pfeil hin oder wo wandert der Punkt P hin? Er wandert nach rechts, in dem Fall 4,5 nach rechts und er wandert nach oben, nämlich 3,5 nach oben. Und das rechnen wir, indem wir eben immer Spitze minus Fuß 6 minus 1,5 und auch hier Spitze minus Fuß 5 minus 1,5 rechnen. Gegenvektor bedeutet jetzt, dass ich vom Punkt P zuerst ja nach P' gegangen bin und jetzt mit dem Gegenvektor wieder zurück möchte. Das heißt, ich muss rausfinden, wie kann ich meinen Punkt P' wieder zurück abbilden auf den Punkt P. Dieser Vektor ist nicht mehr der gleiche, denn er ist nicht gleich orientiert, er ist anders in die gegensätzte Richtung orientiert, deswegen nennen wir ihn V-Stern. Und er heißt jetzt auch nicht mehr P' denn Spitze und Fuß haben sich umgekehrt. Er heißt jetzt P'P. Und wenn ich hier die Koordinaten berechnen möchte, muss ich jetzt aufpassen. Jetzt muss ich die Spitze hier nehmen. Die x-Koordinate ist 1,5 minus die x-Koordinate des Fußes, 6, 1,5 minus 6. Die y-Koordinate der Spitze, 1,5 minus die y-Koordinate des Fußes, 5, 1,5 minus 5. Und wir haben einen Vektor von minus 4,5 minus 3,5. Ihr seht schon, die Vorzeichen haben sich geändert. Aus Plus wurde Minus und auch hier wurde aus Plus Minus. Und das nennt man einen Gegenvektor. Wie kommt man da drauf? Man schaut ja auch zunächst einmal, geht es hier, wo es hier hingeht? Von P' geht es ja wieder zurück. Also wir müssen zuerst nach links gehen. Dieses Mal sind es eben minus 4,5. Und da kommen wir drauf, indem wir 1,5 minus 6 rechnen. Und dann geht es auch noch nach unten, von hier nach hier, nämlich minus 3,5. Und da kommen wir eben durch die Rechnung drauf, 1,5 minus 5. Der Vektor wird also berechnet durch Vx, Vy, das heißt Spitze minus Fuß. Und wenn wir daraus dann den Gegenvektor berechnen wollen, müssen wir das Vorzeichen jeweils umdrehen. Das heißt, aus Plus Vx wird Minus Vx und aus Plus Vy wird Minus Vy. Wenn hier schon negative Zahlen standen, müssen wir hier genauso umdrehen. Steht also hier Minus 3, brauchen wir hier ein Plus 3. Steht hier Minus 2, brauchen wir hier ein Plus 2. Der Gegenvektor ist immer das Gegenstück, die Gegenzahl dazu. Und das nennt man eine Umkehrabbildung. Wenn ich von Punkt P nach P' will, dann ist das eine ganz normale Abbildung, eine Parallelverschiebung. Und zurück von P' nach P, da wird diese Abbildung umgekehrt. Wir haben also heute den Gegenvektor kennengelernt. Und wenn wir den Gegenvektor bestimmen wollen, müssen wir einfach den Zahlen, die im Vektor drinstehen, entgegengesetzte Zahlen geben, also das Vorzeichen ändern. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathematikstunde. Tschüss!